freedom is coming für die altstimme wir nehmen heute die erste strophe mit wiederholung und den refrain mit wiederholung es geht im zweiten takt los und das ist euer erster ton und dann jetzt wie gesagt im zweiten takt los freedom is coming freedom is coming freedom is coming oh yes und so weiter und so weiter wie die ausführung gestaltet wird steht ja unten im text ganz unten runter zunächst sinkt der bass dann der tenor dazu und so weiter das war's für heute